Von diesem jungen Mann hier können wir alle eine Menge lernen, denn unser... Rüdiger! Gut, Rüdiger! Liebe Hederschaft, schön, dass ihr da seid. Ich hab heute wieder zwei Videos für euch vom 25. und 26.01.2022. Block 135 und 136 waren es. Und Reini wird uns ein bisschen von seinen Plänen erzählen, was er sich so vorgenommen hat. Im Block 135 ist ihm da mal gar nicht so viel eingefallen. Im Block 136 steht er dann hauptsächlich mit Ford Blue auf einem Feld. Und dann erzählt er uns von seinen großen Plänen. Wir sind dann mal gespannt und gehen direkt rein. Wir schauen bei Winklers Liste und los geht's. Es ist so schweinekalt momentan. Du, in minus drei Grad bei mir. Das ist so f***. Ja, Reini, wie wär's denn mal mit die Fenster neu verglasen und die Heizung aufdrehen? Denn das wäre doch eine Möglichkeit. Dann würdest du das gar nicht mehr so mitkriegen, dass es so dermaßen kalt ist. Ich hatte eigentlich jetzt vor, nach dem Stream nach wohin zu fahren und einen kleinen Stream oder einen kleinen Vlog von unterwegs aus zu machen. Aber das hat... Das ist harte Arbeit und deine Drachis sind dir komplett egal. Die haben Geld abzuladen, aber Content gibt's halt nicht. Was ich jetzt dann doch erledigt gehabt habe, schauen wir einfach mal, wann ich das mache. Heute werde ich noch für meinen Hauptkanal ein Video hochladen. Und ich denke, wir machen heute noch einen zweiten Livestream. Ich kann mir noch anschauen, ob wir nochmal Zelda streamen oder ob man doch Lava streamen ist, so die Sache. Ich bin echt am überlegen, ob ich das mit Lava streamen komplett wegfallen lasse. Ja, dann haben deine Drachis nur noch diesen geilen, megamäßigen Gaming-Content. Denn wir wissen ja, es gibt eigentlich nichts spannenderes als Reinis Gaming. Ihm dabei zuzuschauen, wie er bei Kinderspielen schon überfordert ist und nichts kommentiert, außer geil, super, fett, ja. Wem es gefällt, warum nicht? Ich muss es jetzt nicht zwingend haben, aber es gibt Leute, die stehen anscheinend drauf. Umstellen. So, auf meinem Vlogkanal haben wir inzwischen tatsächlich 5700 Abonnenten. Ich schaue mal nach. Nee, es sind eher null. Gar keine. Auch der Vlogkanal ist weg. Schade. 5600 Abonnenten, Entschuldigung, 5600 Abonnenten. 7 Videos. Wir haben jetzt 7 Videos über 75.000 Aufrufe hingekriegt. Also das ist wirklich, wirklich krass. Vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Ich werde auch versuchen, wieder regelmäßige Vlogs zu machen. Ich weiß, viele so machen mit euch jeden Tag Vlogsen. Problem ist, momentan ist mein Leben nicht allzu spannend, wenn ich nicht gerade irgendwas für meine Livestreams mache. Und da bin ich ja sowieso live. Ähm, bin ich momentan hier und da am Rumwerken. Jetzt sind mittlerweile alle Zimmer leer. Bis auf. Bis auf, ja. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass das nicht zwingend stimmt, weil das letzte Mal, als du uns ein bisschen was aus deiner Wohnung gezeigt hast, hat sich da noch gar nicht viel verändert. Und wir wissen ja auch genau, wie viel du mitgenommen hast, weil wir Bilder aus deinem Lager kennen. Und von Ofi ja mittlerweile auch wissen, was du noch eingelagert hast. Nämlich deine ganzen Spielekonsolen und ähnliches. Auf das Arbeitszimmer und das Schlafzimmer, da liegt noch das Bett und meine Klamotten drin und das war's dann auch schon wieder. Genau. Ich weiß immer noch nicht, wie das mit dem Umzug weitergeht. Da möchte ich euch jetzt aber auch nicht unbedingt irgendwas erzählen, weil, na, ich möchte nicht unbedingt, dass die Hater wissen, wo ich bin. Ja, Reini, das ist aber eigentlich egal, weil die eh rausgefunden haben, wo du bist. Du fährst halt später mit einem wahnsinnig unauffälligen Auto durch die Gegend. Es ist quasi unmöglich, dich zu übersehen. Mit deiner riesen Knutschkugel. Die VR-Brille funktioniert super. Meine Grafikkarte ist inzwischen auch eingebaut. Wir haben heute Dienstag. Ja, ganz wichtig. Jetzt wissen wir schon mal, welcher Tag heute ist. Er hätte jetzt zum Beispiel was über seinen IT-Krempel da erzählen können, was er damit gemacht hat. Hätte davon ein bisschen was berichten können, aber das wäre Content. Naja, und dann wäre das Video halt länger geworden und das wäre harte Arbeit. Das möchte er nun auch vermeiden. Ich habe heute drei Vorfälle gehabt und es zeigt halt mal wieder, mitten... Wobei, beim Kackduschen oder was ist passiert? Was für Vorfälle? Unter der Woche, mitten unter dem Tag, in einer Zeit, in der keine Ferien oder so sind, stehen die Leute bei mir vor der Tür und feiern sich selbst darüber, dass sie so dumm sind. Verstehe ich... Reini, es gibt Menschen, die haben Urlaub. Das kommt vor. Das weißt du nicht, weil du wenig mit richtiger Arbeit zu tun hast. Ich nicht ganz. Muss ich dir das selbst entscheiden. Das letzte Datum ist jetzt... Das letzte Video ist jetzt vom 22. Das ist heute der 25. Ich habe echt seit drei Tagen kein Video hochgeladen. Ups. Ja, so ist das halt. Wenn man keinen Bock auf Arbeiten hat und seine Arbeit nicht so ernst nimmt, dann macht man halt mal einfach tagelang gar nichts. Völlig normal, oder? Abgesehen davon bin ich momentan Cookie-Clicker süchtig. Ja, das kann man doch verstehen. Also Cookie-Clicker ist ja auch wichtiger als zu arbeiten. Das kennt man. Geht man tagelang nicht hin, spielt Cookie-Clicker. Ja. Momentan unendlich viel Cookie-Clicker. Ich weiß gar nicht warum. Äh, passt. Ja, weil du halt öfters Süchte entwickelst in deinem Leben. Wie zum Beispiel auch eine Internet- und Computerspiel-Sucht. Wie du eine Sucht entwickelt hast nach Zucker. Ja. Da bist du einfach sehr zu hingeneigt, Süchte zu entwickeln. Hast du eine hohe Affinität zu? Ähm, merkwürdige Sachen. Äh, würde ich sagen... Wo hast du das eigentlich mit meinem Blog? Ihr merkt schon, ich habe echt Erklärungsnot, weil ich nicht weiß, was ich euch erzählen sollte. Ich habe mir heute... Ja, du hast jetzt drei Tage anscheinend gar nichts gemacht. Bis auf Sachen, über die du uns nichts erzählen möchtest. Weil sie dir unangenehm sind oder warum auch immer. Ich habe früher was vom Bäcker gekauft. Äh, Sansibar, Brezner, Krapfen und so ein bisschen... Brezner und Krapfen. Ja, das gehört auf jeden Fall in den Vlog rein. Also, was man sich zu Futter gekauft hat. Die schönen, gesunden Sachen vom Bäcker. Das wollen wir ja auch hören. So Zeug... Ja, muss ich jetzt dann halt überlegen und schauen, was läuft. Ähm, was ich noch vorhabe, ist auf jeden Fall mal... Mein Vlog-Kanal, das kann ich ja schon mal ankündigen. Äh, weil ich möchte dann nämlich ein Kommentar-Video hochladen. Ich suche mir Kommentare raus, überlege mir Sketche und mache ein Video daraus. Ich muss mich jetzt noch ran machen, sonst schaffe ich... Das hört sich so an, als ob du wirklich mal etwas Zeit wieder in ein Video investieren möchtest. Ob das Video dann wirklich gekommen ist, bezweifle ich dann mal. Ich habe jetzt mal kurz nachgeschaut. Ich habe auf jeden Fall nichts gefunden in die Richtung. Ich hoffe, ich das heute noch mal. Und wenn ich heute wirklich noch ein Stream machen will... Ah, 17... Jetzt haben wir 16 Uhr, 17 Uhr, vor 18... Also, vor 18, 19 Uhr wird das heute nichts mehr. Das muss ich mir jetzt überlegen. Tschö, tschö. Tschö, tschö, Reini. Aber es kommt jetzt noch ein Video. Ich meine, das war jetzt komplett ohne Inhalt. Und, oh Überraschung, Reini ist draußen. Was ist denn da los? Na, da hören wir mal rein. In der freien Natur. Äh, heute bin ich mal in Neuhof. Hier oben auf dem... Ich blende es ein. Auf irgendeinem Berg. Äh, na. Auch das, Reini hat eine Einblendung angekündigt und sie war da. Der Wahnsinn. Ja, ist echt ganz geil hier. Aber hier ist schon nicht kalt. Ja, das scheint so kalt zu sein, dass man davon eine Gesichtskirmes bekommt, Reini. Sehr lustig. Äh, äh, aber ich würde sagen, weil es mir so kalt ist, machen wir gleich dann weiter, wenn ich... Reini, warum ist dir denn kalt? Hast du keine Mütze dabei? Hast du keine Jacke dabei? Möchtest du dich nicht ein bisschen bewegen? Das wärmt auch. Anscheinend nicht. Dann geht's wieder ab ins Auto. Ja, da haben wir... Ich freu mich hier die Klöten ab. Ich bin jetzt auf dem Heimweg gerade. Äh, äh, hab mich jetzt irgendwann mal auf so einen Feldweg geballert. Äh, natürlich darf ich hier reinfahren. Also es ist... Klar, deswegen erwähnst du das wahrscheinlich auch. Ja. Kein Anwohner frei. Ja, es gibt auch kein Anwohner frei. Dieses Schild existiert nicht. Es heißt Anlieger frei. Und wer soll denn da wohnen mit einem Feld? Könnte man vielleicht auch mal zu Ende denken. Nee, aber passt schon, Reini. Wenn nicht. Kenne hier einige Leute, die die Ecke haben. Äh... Ach so, ja. Wenn man jemanden kennt, der die Ecke hier hat, dann muss man sich nicht mehr an die Straßenverkehrsordnung halten. Ist richtig. Hast du recht. Ach so, alles egal. Ähm... Reini, steckt eigentlich gerade der Schlüssel? Ich meine, du hast dein Handy in der Hand. Ähm... Das wäre dann zum Beispiel schon wieder ein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Wenn der Schlüssel steckt, wirst du mal annehmen, dass du losfahren willst. Mit dem Handy in der Hand. Schlecht. Äh... Also ich bin heute auf jeden Fall mal den ganzen Tag unterwegs gewesen. Ähm... Das heute ist auch nur ein Auftakt gewesen. Ähm... Ich möchte das die nächsten Monate öfter mal machen. Dass ich vorhabe, mehr rumzureisen, wieder mehr unterwegs zu sein, wieder mehr mich zu bewegen, wieder mehr rauszugehen. Äh... Reini, du sitzt im Auto. Du bist 20 Schritte gegangen. Was erzählst du uns da? Mehr bewegen? Dann müsstest du mal wirklich laufen. Auf einer Strecke am Stück. Gerade erzählst du uns das und sitzt da. Ich möchte wieder Drache Läuft irgendwann machen. Das mache ich jetzt vielleicht nicht unbedingt heute, weil es ist wirklich arschkalt. Ähm... Und äh... Ich möchte auf jeden Fall so ein bisschen Reisevideos machen, wo ich öfter mal unterwegs bin. Eigentlich wollte ich schon heute Morgen aufnehmen, als ich losgefahren bin. Das habe ich dann aber irgendwie verschwitzt, weil ich dann immer dran... Ja, das passiert. Ja. Wie im Video davor auch. Harte Arbeit. Und Arbeit kann man dann schon mal vergessen, weil keinem Bock. Ja. ...gewöhnt bin. Und dann vorhin hatte ich es auch vergessen beim Weiterfahren. Und dann hatte ich jetzt das Problem, dass ich dann, als ich dann angekommen war, war es dann so schweinekalt, dass ich dann echt gesagt habe, ey, nee, leck mich doch. Ich habe keine Lust. Ähm, mir war das echt... Ja. Arbeiten, keine Lust. Das ist zumindest mal ehrlich. Ja. Das gebe ich dir. Es war nicht... Nicht schön, wenn man... Seine Arbeit so vernachlässigt. Aber, ja. So ist es halt. Und nochmal der Tipp, wenn es draußen kalt ist, versuch es mal mit einer Jacke. Zu kalt. Und, äh, ähm, lange überlegt. Ähm, ich weiß noch nicht wann. Irgendwann in den nächsten zwei, drei Wochen habe ich vor, auf jeden Fall mal zur Teufelshöhle zu fahren. In der fränkischen Schweiz. Ähm, und noch so ein paar andere Sachen. So ein bisschen die fränkische Schweiz mal ein bisschen abdriften. Ähm. Abdriften, ja. Also das Video von der Teufelshöhle kommt ja wirklich. Da, wo er mit seinen Haushaltslatschen irgendwie den Feldweg lang geht, bis zur Teufelshöhle, dann nicht rein darf, weil er nicht geimpft war. Und das war eigentlich das ganze Video. Richtig guter Content. Darauf haben deine Zuschauer jahrelang gewartet. Ich weiß nicht, ob Tiergärten aktuell offen haben oder ob die bald wieder öffnen. Äh, anschließend würde ich halt gucken, wie es dann weitergeht. Das weiß ich alles noch nicht. Ähm. Was willst du eigentlich im Tiergarten? Bist du da auf der Suche nach Säugetieren oder großen Wassertieren? Ich weiß es nicht. Was hast du vor, Reini? Ich habe jeden Fall einige Outdoor-Aktivitäten geplant jetzt in den nächsten Monaten, weil ich bin halt echt jemand, ich gehe gerne raus, ja. Ich bin, ich sehe nicht so aus und ich... Ja, Reini, es stimmte auch einfach nicht. Wie oft warst du denn draußen? Ich meine jetzt, außer irgendwie mal zum Rewe oder in dein Lager zu gehen, sondern irgendwo in der Natur. Das hätten wir doch mitbekommen. Das hast du seit Jahren nicht gemacht. Die letzten Videos, wo du aus der Stadt vom Rewe hochgelaufen bist, ähm, zur Schanze. Das ist Jahre her. Da warst du fünf, sechs, sieben Jahre jünger, ich weiß es nicht. Und 80 Kilo leichter, würde ich mal behaupten. Okay, ich fahre den ganzen Tag am Rechner, ähm, ähm, ich sitze den ganzen Tag am Rechner, das ist richtig, aber das mache ich ja unter anderem wegen meinem Beruf, aber ich kann... Klar, Reini, dein Beruf. Du bist den drei Viertel des Tages am Daddeln, ohne dass du es filmst und ins Internet stellst, oder nur für dich. Was du sonst noch im Internet machst, möchte ich hier nicht sagen, weil YouTube mir dann wahrscheinlich wieder den Kanal wegmettelt. Ähm, nee, Reini. Nee, du bist nicht den ganzen Tag am Rechner, weil du arbeitest, sondern weil es das Bequemste ist, einfach den ganzen Tag in der Bude rumzusitzen und nichts zu machen für dich. Ich kann meinen Beruf ja auch mit rausnehmen. Ich kann jetzt außen hier, wie jetzt hier zum Beispiel, ich kann jetzt hier einfach mich hier hinsetzen, ich kann hier ein bisschen filmen, ja. Geht's da lang, es geht da lang, es geht davor. Ja, toll. Also deine Arbeit, irgendwie ein paar verwackelte Bilder, das ist wirklich harte Arbeit, also. Kaum zu vergleichen mit anderen Berufen, die irgendwo da hin und her gearbeitet werden, sowas wie Müllabfuhr oder sowas. Diese unproduktiven Menschen. Nee, eine Kamera aus dem Irgendwo hinstellen, noch ein bisschen dran wackeln, das ist harte Arbeit. Das ist was wirklich, das schafft Werte. Das Problem ist beim Rausgehen aktuell, es sind immer diese Vollidioten von meiner Haustür, die dann immer Stress machen. Das heißt, es ist immer sehr, sehr schwierig, sich damit dann auseinanderzusetzen und dann rauszugehen, weil man halt immer Angst hat, dass die Leute einem irgendwie die Bude anreißen, irgendwie ins Haus gehen, irgendwie einbrechen, irgendwie. Ja, Reini, weil das auch eigentlich nie passiert, sie ist positiv. Du bist nicht da und du kannst das Haus nicht beschädigen. Es ist gerade keiner zu Hause, der die Fassade beschädigt mit dem Kärcher und dem Putz wegstrahlt. Keiner reißt irgendwelche Holzbretter aus dem Flur. Keiner zerschlägt die Scheiben. Keiner wirft Müll hinter die Türen. Sei doch glücklich. Die Wohnung wird gerade nicht von innen verwüstet. Wie in einer Art und Weise dann was kaputt machen. Ich habe jetzt auf dem Heimweg dann überlegt, eigentlich war das jetzt ein bisschen lame. Und das war es auch. Nur diese kleine Szene dann zu filmen in den Neuhof. War ein bisschen schade. Ich hatte eigentlich vor, mehr da zu labern und alles. Aber es war jetzt auch nicht ganz so einfach. Ich war auch nicht ganz allein zu dem Zeitpunkt. Und da fühle ich mich dann auch immer ein bisschen unter Druck, wenn ich nicht alleine bin. Reini, du warst irgendwo in der Pampa, hast 30 Sekunden lang gefilmt, noch nicht mal, und du hättest dann nicht einfach ein bisschen warten können, bis die anderen Personen weg sind oder irgendwo hingehen, wo du ein bisschen mehr alleine bist und hättest filmen können. Wo ist denn der Unterschied gerade von dem, was du jetzt im Auto machst und dem, was du normalerweise vor deinem Greenscreen machst? Gar keiner. Es gibt keinen Mehrwert für die Zuschauer. Und wirklichen Inhalt hat er das bis jetzt auch nicht. Du erzählst, was du hättest machen können. Toll. Davon hat keiner was. Letzten Endes ist es jetzt so, ich schaue mir das Ganze jetzt noch ein bisschen genauer an. Letzten Endes, genau. Er schaut sich das mal genauer an. Der Wahnsinn. Schauen wir mal, gucken wir mal, wie es am Ende wird. Wie ich das Ganze umsetze, mein Umzug steht ja auch noch immer an. Da muss ich jetzt auch schauen. Dauert jetzt auch nicht mehr allzu lange, hoffe ich. Und spätestens, wenn ich dann umgezogen bin, soll es dann, ob ich das hinkriege, weiß ich noch nicht, aber soll es dann mindestens einen, alle zwei Tage oder sogar jeden Tag ein Video geben, wo ich draußen unterwegs bin. Nicht unbedingt. Ja, Reini, da soll es was geben. Da ist der Ankündigungslord mal wieder am Start. Du kriegst es momentan nicht hin, wo du so gut wie nichts zu tun hast. Du investierst kaum Zeit in diesen Umzug. Und was anderes hast du nicht. Und selbst jetzt schaffst du es nicht, Videos vernünftig zu machen. Das Einzige, was du halt machst, ist Gaming. Aber du zockst halt so oder so, ob du das jetzt dabei filmst oder nicht. Da ist kein wirklicher Unterschied für dich. Jeden Tag was Besonderes. Aber ich habe auf jeden Fall vor, wenn ich umgezogen bin, an meinem neuen Wohnort auch ein bisschen die Gegend zu erkunden. Wobei nicht unbedingt am eigenen Wohnort, weil ich wahrscheinlich dann schon mehrere Kilometer oder auch mal 100, 200 Kilometer woanders hinfahren werde. Was ich auf jeden Fall, ich habe eine kleine Liste, wo ich dieses Jahr alles hin möchte. Unter anderem möchte ich nach Hamburg, nach Köln und nach Berlin. Ob ich das hinbekomme, weiß ich noch nicht. Aber ich versuche es. Ich möchte auch nach München und dann auch zu so Sachen wie zum... Ich möchte mal hoch zum Meer, nach Norden oben. Nach Norwegen wollte ich jetzt fast schon sagen. Ich will auch mal in den Norden hoch. Zur... Ich habe den Namen vergessen. Zur Nordsee. Und... Du hast den Namen Nordsee vergessen? Okay. Ich möchte mal das Meer sehen. Das kenne ich nämlich nicht. Das habe ich noch nie gesehen. Und... Schlossener Schwanstein habe ich mir überlegt, mal hinzufahren, auch wenn ich da vielleicht keine Führung habe dann oder so. Aber einfach mal hinfahren, sich das einfach mal anschauen. Ich möchte noch andere Sachen sehen. Ich habe überlegt, mal nach Mannheim zu fahren. Ich habe überlegt, mal nach Stuttgart zu fahren. Nach Goslar würde ich gerne mal fahren. Es gibt viele Orte, die ich gerne mal besuchen möchte. Ich habe jetzt gar nicht alle aufgeschrieben. Ja, Raini, wie viel davon hast du abhaken können während deiner großen Flucht vor den Hatern? Der Ford Blue Staffel. Ich glaube nicht, dass du die alle besucht hast. Ein paar Orte davon hast du abgehakt. Wir wissen von Berlin, dass du da öfters warst. Wir wissen vom Bremen, Bremerhaven, dieser Zoo-Besuch, wo du mit Cookie warst. Diese etwas strange Rollstuhl-Geschichte. Aber meistens warst du eigentlich nur auf der Flucht. Ich habe es gar nicht alle im Kopf, meine ich. Aufgeschrieben habe ich bestimmt auch nicht alle. Goslar steht, glaube ich, zum Beispiel noch gar nicht auf meiner Liste. Warum willst du auch nach Goslar? Gibt es irgendwas Interessantes in Goslar? Ich weiß es nicht. Das würde ich gerne umsetzen. Ich habe den Namen vergessen. Ich werde vielleicht noch ein, zwei Minuten sitzen bleiben, noch ein bisschen die Aussicht genießen. Das ist halt auch so eine Sache. Es ist im Prinzip ja jetzt nicht wirklich viel hier, was man sieht. Super Aussicht. Wahnsinn, Rainer. Ein Feld und dahinter ein kleines Waldstückchen. Also, wenn das schon was Besonderes für dich ist, dann sollst du doch merken, dass du in letzter Zeit nicht viel draußen warst. Wenn es dir draußen gefällt, ja, solltest du vielleicht nicht dauernd vom Rechner hocken. So ein kleines Wäldchen vor mir, so ein bisschen Äcker, alles. Das ist nicht besonders interessant, aber für mich persönlich ist das schon interessant und schön. Äh, finde ich das ganz geil. Sehen wir uns dann hoffentlich gleich nochmal wieder, wenn ich daran denke, das noch fertig zu machen. Ich werde mindestens zwei Stunden noch streamen, 14.20 Uhr oder was werde ich dann daheim sein? Äh, mein Döner stößt auf. Ja, sehr schön. Da wird halt nochmal gerülpst im Video. Das wird auch nicht rausgeschnitten. Und du hast das Video bearbeitet. Du hast ja, ähm, den einen Namen von dem Ort eingefügt. Diese Einblendung. Du hast, das heißt, du warst doch da, dann könntest du sowas auch rausschneiden. Oder meinst du, das ist qualitativ so hochwertig, vom höchsten Wesen, wenn der rülpst, das muss auch von allem angebetet werden. Das hat das einfache Volk zu sehen. Äh, äh, warte mal kurz, ich hink fest. Äh, Quatsch, äh, ich bin verpeilt. Ich habe auf jeden Fall. Ja, gar nicht. Also, nicht mehr als sonst auch. Und an was hinkst du denn gerade fest? Am Lenkrad oder was? Auf jeden Fall, äh, noch ein paar Sachen zu erledigen heute. Äh, äh, ich werde jetzt keine Liste mehr machen, weil es dauert jetzt zu lange. Ich werde jetzt nur noch hier kurz, will mich jetzt nur noch kurz verabschieden von euch. Keine Liste mehr machen? Es geht, achso, die Liste, die er schon hatte, mit den Städtenamen drauf, die will er jetzt nicht noch machen? Okay. Eigentlich wollte ich ja noch die Liste euch vorzeigen, aber erstens ist es vielleicht ganz so gut, wenn ich das nicht ganz zeige, was ich alles vorhabe. Und außerdem, ähm, dauert es jetzt zu lange, die Liste rauszukramen und alles abzulesen, weil es nämlich eine relativ lange Liste ist. Hau dran. Ja, das ist natürlich auch harte Arbeit. Ich weiß nicht, wo er die Liste hat, ob er die auf ein Stück Papier geschrieben hat und die jetzt irgendwo in einem Müllberg in seiner Wohnung liegt oder auf seinem Rechner, neben komischen Filmchen, die er auf seinem Rechner hat. Es ist harte Arbeit, alles lenkt ab, schwer zu finden. Ja, ich möchte ja auch nicht, dass Rainer sich wieder überfordert, deswegen belassen wir es einfach dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst gerne einen Daumen hoch da. Könnt auch gerne ein Abo abschließen, wenn ihr mehr Videos sehen wollt. Es kommen noch viele weitere. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Ich lese sie alle. Und falls ihr schon wieder vergessen habt bei meinem ganzen Gelaber, wo ihr eigentlich seid. Du heißt wie heißt Rüdiger? Heißt du? Genau, ihr seid beim Rüdiger.